Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem kleinen Minigame. Wir spielen heute Alone Again und wir schauen auch direkt mal rein. Alone Again. Ich sag einfach Alone Again, something is wrong. No one believes me. I can't feel it getting closer. I'm so scared. Na schau, Alter. Oh, krass. Oh. Oh, das ist aber ein fieser Filter. Wie wüsst denn du? Können wir zoomen, Alter? Wie steht denn auf der Straße? Oh, aber es ist schon... Oh, so richtig unangenehmer Filter schon gleich. Mh. Ach du Schande, Alter. Das sieht ja nur richtig aus wie so eine alte VHS-Kassette. Ja. Okay, wo sind wir denn? Und ich hab gerade harte Flashbacks an, äh... Fears to Fathom. Weil es sieht optisch ähnlich aus wie Fears to Fathom, hab ich irgendwie das Gefühl, so ein bisschen. Aber wir sind ja alleine, zu Hause. Wie findet ihr denn so eine Spiele, die so einen Filter haben? Also ich find die richtig unheimlich. Also, wir sind... Bin ich da alleine? Und könnte ich schon jetzt die Tür zumachen? Kurze Sache. Wenn ich alleine bin, wie kann es sein, dass sich hier irgendwelche Türen öffnen? Das... Find ich jetzt nicht so... Toll. Äh... Bin ich ehrlich? Und vor allen Dingen, welche Tür hat sich geöffnet? Ah, bestimmt meine Haustür. Aha. Hier, da ist die Haustür. Alter, was ist das für ein Riesenhaus? Dafür, dass du alleine bist? Junge, äh... Wie viel Platz braucht man? Also. Hey. Hallo. Einbrecher? Ich möchte nicht runtergehen. Aber ich muss, wa? Mhm. Ich muss. Ey, 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 ey. Also, du... Ich sehe auch hier nichts. Lass es abreißen. Los, runter. Ja, ja. Du musst gleich schreien, Jojo. Oh. Das waren unsere Schritte gerade. Oh. Lichtschalter, hallo. Es ist... Ich... Ich... Ich sehe nichts. Nichts. Jojo. Es ist sehr dunkel. Ja. Absolut. Absolut. Nicht, dass ich jetzt hier noch... Aber ich kann ja den kleinen Möbelchen dabei. Nicht, dass ich hier noch die... C stoße. So, ne? Ist natürlich schön. Er ist weg, wa? Ist ja klar. Ist toll. Ja, keine Sorge um den Typ draußen. Der ist bestimmt schon im Haus. Oh, nee. Hm. Hm. Klar, der Fernseher geht einfach so an. Klar, 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 klar. Cool, 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 cool. Ist zumindest schon mal eine Lichtquelle. Könnten wir die... Also, könnten wir allgemein Lampen mal anmachen? Jemand ist auf jeden Fall definitiv in meiner beschissenen Küche. Ey, ich habe da gerade mein Geschirr gehört. Ich kann den Fernseher nicht ausmachen. Diese Tür war vorher geschlossen. Oh, no, 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 no. Hallo? Da ist Licht an. Ey, ich gehe auf Gacke. Gacke, fall runter. Kann ich einfach raus? Ey, ich sehe nichts. Hallo? Hä? Da ist ein Spielzeug. Hallo? Oh, Keller sind auch immer so... Nicht so schön. Ah. Hinter mir passiert doch bestimmt gleich was. Einfach, nö. Kann ich einfach rückwärts gehen? Also, ich hätte gedacht, ich trickse das Spiel aus. Aber das Spiel hat mich ausgetrickst. Developed by Luke Etia. Okay. Thank you for playing. Nice. Cool. Lieg doch raus einfach. Was ist denn... Ich kann die ja nicht machen. Hä? Hat der Panner die Fernseher eingeschaltet? Okay. Okay. Das ist echt übel. Das ist echt übel, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Wieso? Was ist denn jetzt hier gescheppert? Im Keller. Na klar. Im Keller. Oder sonst. Im Keller. Würde jetzt einer von euch da runter gehen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass ihr euer Haus ist. Ihr erwachsene Menschen seid irgendwie und wisst, okay, alle klar. Aber als Kind, würdet ihr jetzt als Kind da runter gehen? Mach mal, wie das... Ich ja. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oh je. Ah. Jetzt passiert doch gleich irgendein Scheiß. Ich... Ach komm, Alter. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder was? Oh Gott. Ja. Happy Ending. Wir haben auch so weit schon. War ja Quatsch, war ja. Du musst halt empführt fahren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen nach oben da. Und ja. Wenn ihr euch noch nicht habt, lasst ein Abo da. Und helft dem Kanal doch bitte etwas zu wachsen. Und supportet uns doch. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.